Und damit hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Onkydonk Donkey Kong, so wie ich ihn jetzt neuerdings auch immer gerne nenne. Dem Affen mit der Waffe, dem Schützen ohne Mütze und ja, wir machen jetzt hier weiter in der mittlerweile dritten Welt und im ersten Level. Wir haben 602 Münzen, das heißt wir können bei Cranky Kong, da unten links im Bild, gleich dick einkaufen. Und ja, ich bin gespannt, wackeliger Wasserweg und naja, das erste Level. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Ja, 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 ja. Aber bisher haben wir noch fast jedes Kind hier geschaukelt, bis auf eins, das Bonus-Level in der ersten Welt. Oh, guck mal, wie süß! Oh ja, ich hab's gesehen. Wo mag wohl das erste Puzzleteil versteckt sein? Und der Affe kommt wieder wie ein Komet in der Spiegel sprungen. Bums! Und, äh, äh, bums. Ja, und ein freundlicher User von euch hat es mir auch gesagt. Vielen lieben Dank für die Info. Ich hab mich in den letzten Teilen darüber aufgeregt, dass, wenn ich die Wii schüttel und laufe, dass Donkey, ähm, immer wieder aufhört, sich zu rollen. Und jetzt hab ich den Grund von einem, äh, sehr lieben User bekommen. Ähm, nur wenn wir Diddy Kong auf dem Rücken haben, dann hört Onky nicht aufzurollen. Da sehen wir hier, und er rollt und er rollt! Und, äh, wär fast in den Tod gerollt. Ja, oh, gut, 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 gut. Oh, ist das süß! Mit kleinen Bambusröhrchen unten drunter. Ja, also wie gesagt, auch an dieser Stelle danke nochmal. Ähm, für solche Tipps bin ich euch echt dankbar. Ui! bin ich euch echt dankbar. Weil, ja, man kommt halt in dem ersten Moment nicht drauf. Oh, hier können wir pushen. Da ist nichts dran. Okay. Also, wie gesagt, solche Tipps immer wieder gerne. Spoilern bitte nicht. Und, ähm, ja. Ansonsten bin ich gespannt, was es hier so gibt. Okay, 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 okay. Äh, gibt es da irgendwas? Nein. Okay, da gibt es nichts. Da unten gibt es auch nichts. Ja, nur das mit dem Springen hier, da habe ich noch so meine Probleme. Dass, äh, ja, dass wenn ich Didikon auf dem Rücken habe, ja, wie jetzt hier zum Beispiel, dass ich da so meine Schwierigkeiten habe, dass er nicht hochspringt. Ja, und ich glaube, ich kann das hier alles schon wieder. Ja, wisst ihr, wegen, wegen so einem Scheiß, ne? Wegen so einem blöden Scheiß. Da, ich muss da nur... Da, ne. Da, ich, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich drück C und ich schaff's trotzdem nicht. Bums, Bums, Bums. Eine Münze. Eine Münze mehr. 603. So, und ich glaube, die Dinger kommen auch nur zweimal wieder neu. Danach ist Feierabend. Hoffe ich jetzt natürlich nicht. Oh, das war... Nicht so wirklich eingeplant. Da, oh, ey. Das kann doch nicht sein. Da, da macht das. Warum macht das da oben nicht? Okay, ich glaube, ich habe jetzt die Taktik raus. Ich habe C immer gehalten. Oh, jetzt ist das auch da. Ja, okay. Nein! Och, Mann. Ich hatte es doch. Ich hatte es doch. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Dass dieses Spiel eigentlich nicht schwer, aber auch nicht wirklich easy mir hier so Hürden in den Weg stellt. Das kann doch nicht sein. Ey! Ja, tschüss, Didi. Oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Es fängt schon wieder scheiße an. Wir machen... Oh, das sieht geil aus. Das sieht echt geil aus. Nein! Gott, nee. Nee. Ey, da hat man auch schon keine Lust mehr. Nein! Ja, ja, Didi. Du klopfst und ich werde dich benutzen. Okay, jetzt schießt man den Vogel ganz ab. Die lassen wir mal leben. Du blöder... Tiki. So. Das... Das... Ey! Ey, das kann nicht sein! Wieso klappt das hier überall? Nur nicht da oben. Bin ich so doof? Ja, natürlich. Und er ist weg. Oh, das war doof. Nein. Ah, das war knapp. Nee, 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 nee. So, komm, bitte jetzt. Ey, das kann nicht sein, dass ich mich hier... Nein! Nee, Mann! Das kann doch echt nicht sein. nein das habe ich mir fast gedacht wie habe ich dir jetzt kaputt gekriegt okay er hat irgendwas sind die schlafenden ticke ist wieder wenn wir kaputt machen kerzen tatsächlich was ist das danke 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 oh ja oh ja oh das ist schön so es ist dann das versöhnt dann wieder so ein bisschen kann ich hier runter nein aber es ist wirklich nervig dass entweder stellt man sich so doof an oder ach ich weiß es nicht freunde ich weiß es echt nicht das ist einfach nur nervig dann man weiß selber nicht was man macht und ist irgendwie alles scheiße so er feuert also zweimal ja und er feuert zweimal und dann kann ich mich von ihm treffen lassen genau genau so war das hallo genau so war das gedacht achtung pass auf ich schaffe es nicht ich schaffe es nicht ich kann machen was ich will ich schaffe es nicht ich bin jetzt einmal und zweimal auspusten jawohl und kaputt machen sehr schön da ist nichts drin es ist echt zum kopf weil man weiß nicht was man falsch macht man weiß es wirklich nicht und ob man jetzt hier mit nummchuk spielt oder nicht ich meine der anus bleibt hinten nein ich pusten das kann nicht sein 1 so jetzt macht er die pause genau 1 2 pusten drauf springen genau hier hier schaffe ich das alles somit hoch springen und so wie alles warum da nicht hier kann man hoch das kann man sehen immer mit der ruhe immer mit der ruhe nein das kann man vergessen ja jetzt falle ich bei einer röhe scheiße was kann ich heute eigentlich habt ihr die pose gesehen von donkey aber jetzt sind wir hier wieder 1 moment warum hat er jetzt nicht was wieso wieso ist die platte denn da jetzt okay oder so oh ich habe ein oh oh ich habe ein oh dich habe ich gesehen hallo werd mal wach hier danke komm der nächste bitte sehr schön ein puzzleteil naja eins haben wir vergessen oder beziehungsweise nicht gekriegt das wissen wir ja da unten ist das nächste oh gott wie soll ich denn da dran kommen kann man da runter ok ich wage es ich wage es ich ja auch gott verdammt das ist ja immer echt gemein jetzt gerade gewesen und hier was machen wir jetzt hier das ist eine brücke ok da kommt noch einer wow 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 ok da oben geht es da vielleicht auch weiter nein in die andere richtung äh nein doch nicht nein doch nicht nein die snchi de die ge die äh oh gott was ist denn da ja klar äh 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 m m m m m m m ja gut dass sie drüber gesprochen haben hä 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 okay das puzzleteil brauchen wir jetzt noch mal ah Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist nochmal klar. Okay, also das geht nicht. Was war hier? Da war nichts drin. Was passiert eigentlich, wenn ich die jetzt durchlaufen lasse? Eins, zwei... Nee, das geht nicht. Ich hatte gedacht, dass man dann vielleicht nochmal in Münze kommt, aber dem war nicht so. So, das ist ja eigentlich noch relativ easy. Alles. Hier. Oh Gott, wo geht's denn jetzt hin? Nach da hinten. Okay, okay. Nein, scheiß, nein. Weil er muss sich erstmal erschrecken, weil Didi weg ist. Oh nein, Didi ist weg. Aber der Hintergrund ist schon mal genial. Also das muss man wirklich sagen. Man muss auf so viele Sachen hier achten. Das ist nicht mehr normal. So, zwei Puten. Die Puten bleiben da stehen. Drei Puten. Ach, die Puten machen wir direkt kaputt. Jetzt haben wir drei Puten. Lauf, 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 lauf. Und die springen jetzt alle in den Untergrund. Nein. Eins, zwei, drei. Und eine Münze. Hier rüber. Da rein. Oh, das war, das war mutig. Nach da hinten. Nein. 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 Weil er sich wieder erschrecken muss. Oh, ich bin getroffen worden. Mann. Hallo. Ich meine, wisst ihr, was das heißt, wenn ich jetzt hier das Level mit der Stelle, die da jetzt kommt, zu Ende spiele, weil ich muss ja hier sowieso nochmal rein. Oh, komm, ich lauf mit euch. Haha, das sah geil aus. Ähm, da muss ich den ganzen Quatsch hier nochmal machen. Also wäre es vielleicht jetzt sinnvoller, zurückzugehen. Ah, jetzt bin ich jetzt gerade am Nachdenken. Ach, komm. Einen Versuch machen wir noch. Nein. Ja, und, oh, oh nein. Oh, nein. Scheiße. Nein. Ach. Ach, das Ohr musste ich... Oh, nicht schlecht. Das Ohr habe ich ganz vergessen. Ha, ha. Ha. Ähm, ja. Das hätte ich jetzt nicht machen können. Oh, das war knapp. Aber nein, ich komme jetzt hier gar nicht raus, richtig? Doch, komme ich. Jetzt ist das auch noch unten. Ja, jetzt kann ich es wahrscheinlich ganz vergessen. Ach, nee, komm, der Tiki. Komm, 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 Tiki. Tom, komm, komm, Tom, Tom, komm. Weiter, 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 weiter. Nein, 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 nein. Ach. Ach, dieses Hochspringen. Ey, ich muss, glaube ich, echt nochmal in den Kurs gehen oder so. Wie lernt man bei Donkey Kong Hochspringen? Ja, so. So. Warum kann ich das nicht? Na, das... Ich mache nichts anderes. Das bringt mich echt zur Weißblut. Nicht das Spiel bringt mich hier zur Weißblut, sondern diese dämlichen Sprungattacken von Donkey Kong. So, ist das jetzt weit genug? Ja, sie sind wieder da. Nein! Ja, der war es! Der war es! Ich breche ins Essen. Da, wieso schaffe ich das hier? Ne, ist wieder nicht da. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Wow, das ist zwar nicht schlecht. Nein! Oder doch, jetzt, warte mal. Ohne Didi? Ähm, ja. Okay. Ich sage ja, ohne Didi schaffe ich die Sprünge wesentlich besser. Ich weiß auch nicht, warum. Zack, zack. Ja, aber nicht so. Jetzt darf ich nur noch einmal getroffen werden. Scheiße. Och nein. Ich versuche es noch einmal ohne Didi. Und ich halte mich hier schon wieder an einer Situation, in dem Level auf. Die darf man eigentlich gar nicht... Das darf man sich eigentlich gar nicht angucken, was ich hier verursache. Häpp, häpp. Nein! Warum bist du jetzt nicht hochgesprungen? Ach, das wäre perfekt gewesen. Ja, und ohne Didi jetzt auf dem Rücken rollt er sich einmal. Und, äh... Ja, dann hört er auf zu rollen. So, komm, jetzt geh mal weg hier, du dämlicher Tiki. Hat der jetzt gerade gefurzt? Nein! Da. Hier funktioniert's! Warum war dahinter nicht? Da funktioniert's auch. Das heißt, ich stelle mich nicht so blöd an, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Jetzt habe ich den Scheiß Didi wieder auf dem Rücken. Ja, aber hier klappt's doch auch. Nein! Oh Mann! Oh... 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 Hey, das macht... Das macht einen hier echt fertig, ey. Man möchte ja am liebsten heulen. Wirklich, Freunde. Man möchte ja am liebsten heulen. Da. Und schon wieder nicht. Warte mal, vielleicht wenn ich das so mache. Nein, so hätte ich mich nur wieder treffen können lassen. Jawohl, tschüss, Didi. Ja, nein, 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 nein. Fast. Fast. Jetzt habe ich keinen Didi-Kung mehr. Das heißt, wenn ich jetzt kaputt gehe, habe ich gleich wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Da. Bei beiden Malen Hochsprung. Muss ich vielleicht von hier? Ja. Muss ich vielleicht von hier? Es kann doch nicht sein, ey. Dieser dämliche Affe. Nein! Ach, ey. Ich gebe es gleich auf. Ich gebe es gleich echt auf. Mann! Ich traue mich gar nicht, diesen Teil online zu stellen hier. Aber ich glaube, das habe ich schon zu mehreren anderen Teilen auch gesagt. Nein, der kommt runter. Das war jetzt beabsichtigt, dass ich beim zweiten Mal nicht hochgesprungen bin. Vielleicht muss ich auf den Tiki hier... Warte mal, ich will den Tiki wieder haben. Warte mal, ich will den Tiki wieder haben. Boah, das ist... Oh! Ah. Ich wollte noch sagen, oh, das war aber knapp. Wow! Warten wieder. Ach, dieses dämliche Warten immer. Da, da klappt auch der Hochsprung. Pass auf, jetzt checke ich das. Achtung, pass auf. Ich lasse mir ja den Tiki hier hinkommen. So, nein! Ich lasse mir den Tiki jetzt hier hinkommen und dann springe ich hoch. Oh, ein Tiki ist weg. Wir müssen erst wieder acht Millionen Kilometer zurückrennen. Da, jetzt sehen wir auch den Grund, warum wir rollen können ohne Ende, wenn wir Didi-Hong oben drauf haben. Weil er auf uns drauf... Oben mit den Füßen halt, ne? Habt ihr das gesehen? Na, egal. Nein, 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 nein. Fast. Aber okay, jetzt habe ich vielleicht eine Taktik. Oh, und das wird hier nochmal echt in die Geschichtsbücher eingehen. Irgendwann wird es bei Günther Jauch bei Wer wird Millionär heißen? Welcher Let's Player hat mal bei Donkey Kong sich total schwer getan mit dem Hochsprung? Ist es A? Hm? Ist es B? Hm? Ist es C? Hm? Oder ist es D? Ändern wir bei 18. Und dann sagt der Kandidat, hm, das ist aber schwer. Dann wird der sagen, das war eindeutig weh. Komm her, du blödes Huhn! Na, egal. Renn nochmal. Wie langsam der auch so geil hinter dem her geht. So, warten, warten, warten. Na! Och, Mann, zu früh. Eine Millisekunde zu früh gesprungen. Mann! Mann! Mannes Ding! Wir versuchen es noch einmal mit Didi. Und das Geile ist, wenn ich dann hinten kaputt gehe, dann darf ich alles wieder von vorne machen, weil diese tollen Buchstaben... Wobei, nee, warte mal, ich kann ja... Ist ja hinterm Speicherschwein, okay. Also, die behalte ich dann. Ey, dieses dämliche Gockelhuhn hier. Da, Didi Kong... ...machte das... ...machte das mit seinen Füßen. Ja, 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 ja! Techno, 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 Techno... Ich hab den Buchstaben. Jetzt darf ich bis zum Speicherschwein nicht mehr kaputt gehen. Eins, zwei... Toll, ich bin aber zu weit weg, als dass ich jetzt da hochspringen könnte. Mist, blöde... Nein. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Ich puste dich von hier aus. Geht nicht. Wie das Windgeräusch auch immer stärker wird. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich hab das K nicht. Das kann man nicht. Ich hab das gar nicht. Oh, nein. Oh, nein. Das kann nicht sein. Oh, Mann. Och, Mann. Nochmal die ganze Scheiße. Wegen so nem... ...Blödsinn. Wieso hat er das denn jetzt nicht geschafft, Mann? Oh, ho, 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 ho. Ja, tschüss, Donkey. Es war schön mit dir. Ey. Das Problem ist aber jetzt, ich speichere oder habe ja gespeichert. Oh, Mann, ey, leck mich doch. Ich hab ja da gespeichert, wo ich das K noch nicht hatte. Das heißt, egal wann und wie, jedes Mal, wenn ich jetzt speichere... Denn ich kann ja nicht nochmal speichern. Ah, das war's eigentlich schon. Nein! Och, das... Geil. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Okay. Rauspusten. Komm, jetzt zeige ich mal, wie gut ich bin. Ha! Er war gut. Eins. Das war... Ja, jetzt zeige ich mal, wie gut ich bin. Jetzt zeige ich mal, wie gut ich bin. Genau, und das war das Delikon fast da oben. Achso, warte, da muss ich auch noch machen. Und ich habe jetzt sogar Delikon gar nicht. Das heißt, es ist noch schwerer. Ja, sowas schaffe ich dann. Ist doch nicht wahr. Aber wieder ein Leben, das ist gut. So, Bumsah, Schakalaka. Das... Ach nee, warte mal. Das mich jetzt nur wundert, weil da oben war ja... Wir haben es alle gesehen. Jetzt ist das Ding wieder da. Wir haben es ja alle gesehen, dass da oben auch wieder so ein Ding zum Festhalten war. Und da bin ich mal jetzt gespannt... Wie ich da drankomme. Wahrscheinlich nur mit Didikon, wa? Oder... Ach nee, das war das. Nee, das war... Ja, ja, ja. Okay, okay. Bin wieder im Bilde. So, kannst du jetzt hier bitte speichern? Bitte speichern doch. Ohne Didikon hier. Aber wie soll ich denn das jetzt machen? Hallo? Ach, du dämliche Säule. Speicherschwein, speicher doch, bitte. Ich muss mir Didikon holen. Hier bleibt... Ja, er ist wieder da. Es ist ja das Logikste auf der ganzen Welt. Ey, der Teil ist schon eine halbe Stunde lang hier. Es kann doch alles nicht sein. Oh ja, meine Lieblingsstelle. Hm, hm, hm. Jetzt klappt der Hochsprung natürlich auch wieder. Ja, ich sag ja, jetzt klappt der Hochsprung. Da hast du... Was, hier wieder? Nein, du sollst speichern, du dummes Schwein. Nein! Ey! Ich glaub, das wird heute der einzige Teil, der... Ja klar, jetzt schaff ich's! Ohne Probleme. Es ist nicht normal. Es ist echt nicht normal. Der einzige Teil heute werden, Freunde. Weil, ich glaub, ansonsten verkraften das meine Nerven nicht. Ehrlich nicht. Das wird sonst zu viel. So. Den haben wir ja. Ohne Didi kommt man hier echt nicht weiter. Hallo, dämliches... Ding von Statua. Eine Banane. Wow. Na komm. Na komm. Na komm. Oh, ich renne mit euch. Mal gucken, wann ich jetzt kaputt gehe. Weil dann darf ich alles wieder von vorne machen. Und, Freunde, dann... Ist hier Feierabend. Das verspreche ich euch. Dann ist hier Feierabend. Nein, 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 nein. Oh, das Ding ist schneller als ich. Oh. Wie ist das ekelhaft, wenn der Donkey so klein ist? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein, das war zu viel. Nein, das war gut. Oh. Oh, Speicherschwein. Oh, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Dich und dein Arschgesicht. Okay, es geht so. Nein. Damn. Aber ich habe alle Sachen behalten. Ja, ja, ja. Der Rest ist mir jetzt so egal. Haha. Was war denn... Moment mal. Was war denn da oben gerade? Da oben das Gelbe. Was ist das? Wie komme ich da hin? Scheiße, das habe ich die nicht. Nein. Aber vielleicht so? Ich weiß es nicht. Komm mal zurück mit dämliches Huhn. Ja. Aber hier gibt es sonst nichts, oder? Nein. Ha, ich habe es tatsächlich geschafft mit einem Rohsprung. Das möchte ich mal erwähnt haben. Was ist das? Ah. Münzen, Münzen, Münzen. Sehr schön. So, komm, feuert es. Einmal. Und zweimal. Dann lande ich hier, puste dich aus und mache dich kaputt. Bums. 6 von 7. Okay, das... Hu, 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 hu. Schön drauf stehen bleiben, Donkey. Hier und wir uns das... G und haben damit alles. Oh nein, das hasse ich ja. Okay, war das jetzt für irgendwas notwendig? Oh, guck mal, geil. Kann ich da hoch? Ja, tatsächlich. Alter, Moment mal, Moment. Gott, ist das süß. Schaut mal bitte da im Hintergrund. Das ist doch ein Donkey Kong. Was hält der da in die Luft? Soll das eine Wii-Control sein? Eine Wii-Mode-Control ist das. Das ist ja geil. Oh, guck mal hier der... Oh, guck mal hier der geile Regenbogen. Oh, die Grafik ist hier übelst geil. So, aber wenn ich jetzt hier... Die sind ja nicht ohne Grund so hoch. Äh, so niedrig. Ach, nee. Oh Gott, ist der süß. Aber... Mir fehlt noch ein Puzzleteil. Soll es jetzt nur dafür gut gewesen sein? Komm, hier ist noch ein Puzzleteil, oder? Nein, hier ist kein Puzzleteil mehr. Ich hab ein Puzzleteil übersehen. Es kann nicht sein. Wo hab ich hier ein Puzzleteil übersehen? Hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Aber mir ist es jetzt auch irgendwie zu riskant, jetzt hier noch irgendwo hinzuspringen, denn ich bin hier am Ende, Freunde. Und der Teil hier ist, glaub ich, eh lang genug. Und deswegen werden wir jetzt hier rausgehen. Münzen. Ich liebe Münzen. Wir haben es geschafft. 6 von 7. Wo hab ich das siebte Puzzleteil übersehen, Freunde? Ruinen. Oh. Ruinen der Shusus. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit immer bei Metroid bin. Was nochmal hier? Knopf-Knüppelei. Ach herrje. Freunde. Fast 34 Minuten. Ich werd nie mehr. Ich werd echt nie mehr. Und das für das erste Level. Freut euch, wie es hier weitergeht. Wie blöd ich mich dann noch anstelle. Hier bei Donkey Kong. Also, bis dahin. NRW bei 18. Adieu.